Also, die Substitution ist per Definition nichts anderes als Suchtverlagerung. So ehrlich muss man sein. Und dahin ergibt sich auch letztlich der Sinn und Nutzen der Substitution. Es ist eine legale und weitestgehend gesundheitlich völlig unschädliche Form der Suchtbefriedigung. Ja, hier habe ich ja im Kommentar mit einem YouTube-Kommentierenden nicht meinen Kanal betreffend. Und es entsteht, ich gehe mal davon aus, ein interessanter Dialog. Aber ich möchte hier nochmals ganz klar darauf eingehen, dass ich absolute Meinung bin, dass gewisse Süchte substituiert werden können und auch sollten, zumindest eine vorübergehende Zeit lang. Die Opiatsucht beispielsweise Heroin aktuell mit Methadon eigentlich gut unter Kontrolle. Was auch ganz klar ist, die Qualität des Heroins wird in der Regel immer schlechter und ich gehe mal davon aus, dass 80 Prozent der regelmäßigen Heroinkonsumenten kein wirklich gutes Heroin haben. Das heißt, dass der Stoff, den sie sich in die Venen hauen oder in die Lunge ziehen, der ist derart verunreinigt, dass allein dadurch natürlich gesundheitliche Risiken bestehen bzw. grösser werden. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass man Heroin grundsätzlich ein Leben lang nehmen kann, wenn es denn sauber ist, ohne jegliche körperliche Beschwerden oder irgendwelche Risiken. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Tatsache ist aber auch, falls sich dann mal der Bedarf nicht decken lässt, dann sind die körperlichen Beschwerden dann unabdingbar und es ist eine Last permanent etwas mit sich zu schleppen. Ich kenne das noch, wenn ich ins Ausland bin, wenn ich verreist bin und ich war substituiert, ich musste da aufpassen wie ein Schießhund, sage ich mal, dass ich da über die Grenze kam, dass ich da nichts speziell, ich sage mal, dass mir nicht unterstellt würde, ich würde Betäubungsmittel schmuggeln oder wie auch immer. Da musste ich jetzliche Atteste einholen, ich musste die genauen Tagesdosen haben, ich durfte die nicht verlieren und sonst wäre ich am Arsch gewesen. Und diese Abhängigkeit allein macht einem die Abhängigkeit nochmal richtig bewusst, nämlich in einer funktionierenden und gut eingebetteten Lebenssituation. Ich war damals bereits wieder berufstätig und ich war in einer Beziehung und eigentlich war alles problemlos. Aber ich war auf diese Substitution angewiesen. Es war im Endeffekt nur noch eine geringe Menge Buprinophin, aber ohne diese geringe Menge hätte ich nicht sein wollen. Und die latente Angst, die halb oder unbewusste Unsicherheit beziehungsweise diese Skepsis, dass das Zeugs auch wirklich da ist, dass es auch genügt und so weiter, die begleitet einen. Die begleitet einen und lässt einen nicht ganz zur Ruhe kommen und lässt einen auch nicht ganz die Konditionierung der Destruktivität überwinden. Also, um eine Sucht ganzheitlich anzugehen, das heißt, um auch das Gehirn auf Suchtfreiheit zu konditionieren, da predige ich mal wieder die Abstinenz, die eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Ich habe eine Dame, ich will jetzt keine Werbung machen, und sie hat einen sehr erfolgreichen mittlerweile YouTube-Kanal. Ich bin fast ein bisschen neidisch geworden, hätte ich gesagt. Sie macht das erst seit letztem Jahr über Alkohol. Und sie, sehr authentisch, sehr sympathisch, sie berichtet da. Eine junge, attraktive Dame, Journalistin, und sie berichtet über ihren Ausstieg. Und sie bringt eigentlich noch deutlicher, als ich es wahrscheinlich je getan habe, dieses Appell an, dieses Appell zur Abstinenz, denn eigentlich meiner Ansicht nach natürlichstem Zustand, die Abstinenz, allein die Begrifflichkeit, mir gefällt die Begrifflichkeit auch nicht. Aber man muss sich doch auf dieser Welt nicht permanent berauschen. Und man muss sich eigentlich gar nicht berauschen. Wir sind dafür gemacht, Rauschzustände zu erleben. Beispielsweise die Verliebtheit. Beispielsweise Hunger und dann der befriedigte Hunger. Dieses genussvolle Reinhauen oder das sich nachher schwerbleien und trotzdem zufrieden fühlen, wenn man gegessen hat. Vorfreude. Naja, Erregung. Alles, was mit Sex natürlich zu tun hat. Ich sage mal mit natürlich gelebten und ausgelebtem Sex. Etwas, das ich ganz klar wieder lernen musste, nüchtern Sex zu haben. Das ist kein leichtes Ding, wenn man den Sex immer mit Substanzen und mit Drogen konsumiert. Freude und Dankbarkeit über alltägliche Dinge, beziehungsweise ich sage jetzt alltägliche Dinge, alltäglich missachtete Dinge, weil so wunderschön im Moment auch, wenn ich nach draußen schaue, die Sonne scheint. Ich habe zwei Bäume bei mir vor dem Fenster oder in sichtbarer Nähe. Und diese Bäume, die könnte ich, ich sage jetzt nicht gerade stundenlang, aber ich kann die ja locker eine halbe oder eine Stunde lang anschauen. Manchmal meditiere ich dabei, weil ich sie so schön finde. Und wenn sie sich im Wind bewegen, dann klingt das jetzt kitschig, dann klingt das jetzt ein bisschen abgedriftet und abgehoben. Aber Leute, nur dann, wenn ihr komplette Verstandesmenschen seid. Und das war ich auch. Ich war ein solcher Verstandesmensch, dass man mir attestiert hätte, ich hätte absolut emotions- und teilnahmlos über den Suizid meines Vaters und meine gesamte Kindheit und Lebensgeschichte für die ersten oder die ersten 20 Jahre meines Lebens berichtet, in einem therapeutischen Setting, weil ich so verkopft war. Ich war so absolut verkopft, dass meine Tanz- und Bewegungstherapeutin nach zwei oder drei, ich glaube drei Lektionen waren es, aufgegeben hat und gesagt hat, ja, ich glaube, ich kann ihnen nichts beibringen. Das ist das falsche Setting. Mittlerweile tanze ich vor dem Spiegel, ganz klar. Ich liebe die Bewegung. Ich habe ein altes Video, eines meiner ersten, über die Triggerpunkte-Massage. Ich habe das, ich sage mal, nicht ad absurdum geführt, aber immer weiterentwickelt. Aktuell bin ich so ein absoluter Bewegungsmensch geworden, mehr denn je. Ich habe eine Zeit lang mit intensiven Krafttraining meine Bewegungsfreiheit reduziert, ganz klar. Ich habe mich durch Muskelaufbau in der Bewegung eingeschränkt. Und diese Defizite mache ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Mache ich die wettbeziehungsweise ich probiere es. Freude an der Bewegung, Embodiment. Sich so fühlen, wie man sich fühlen will, weil man es selber darstellt. In einen Raum hineinkommen, wenn man alleine ist beispielsweise und man weiß genau, niemand schaut zu. Man benimmt sich, als wäre man der tollste und der glücklichste Mensch der Welt. Dann kriegt man auch schnell das Gefühl. Das kann ich euch garantieren. Und auch wenn mal jemand zuschaut, ist gar nicht so schlimm. Es macht euch sympathisch, es macht euch menschlich. Vielleicht sind Leute, die euch gut kennen und den Kontrast zu eurem Verhalten sonst sind diese Leute am Anfang ein bisschen irritiert. Aber wenn ihr ab und zu mal durchknallt auf, ich sage mal, lebenswerte Art und Weise, dann wird euch das verziehen. Ja, das Leben greifen, das Leben geniessen und aus sich, ich sage mal, aus sich oder dem, was man als sich selber empfindet und wahrnimmt und betrachtet, aus dem herauskommen und aus den vollen Schöpfen. Ich habe neulich in einem therapeutischen Setting einer depressiven Frau, die, ich habe sie erlebt in einer relativ, ich sage mal, in der Entwicklungsphase, in einem therapeutischen Setting in einer Entwicklungsphase. Das heißt, ich habe sie erlebt als wirklich verkümmerte, schon fast körperlich verkümmerte Person oder verkümmertes Persönchen, wenn ich so sagen darf. Und die hat sich jetzt entwickelt, innerhalb von wenigen Wochen, dass sie sich wieder schminkt, sie frisiert sich, sie macht sich die Nägel. Und da habe ich mit ihr ein Gespräch geführt und habe gesagt, ja, spüren Sie, fangen Sie an, das Leben wieder zu spüren. Wenn Sie Depressionen haben oder wenn Sie unter Depressionen leiden, morgens, bleiern, schwer, dann spielen Sie, es würde Ihnen gut tun. Spielen Sie die Rolle der und glauben Sie mir, wenn Sie das eine Zeit lang machen, dann setzt sich das nieder für den Moment. Und wenn Sie das immer wieder machen, setzt sich das auch neuronal nieder. Glücklich sein will gelebt werden und glücklich sein, daran kann man sich gewöhnen. Und mit glücklich sein meine ich nicht euphorisch glücklich, sondern einfach innerlich zufrieden und mal ausgelassen, mal euphorisch, mal ein bisschen hibbelig, gibt es das in Deutschland, dieses Wort? Egal. Und manchmal auch ganz entspannt und ruhig. Und da kommt vielleicht ein bisschen Trauer, da kommt vielleicht ein bisschen Sehnsucht, da kommt vielleicht ein bisschen Einsamkeitsgefühl. Und alles ist okay. Das Ganze ist okay. Wenn man nüchtern ist, erträgt man das recht gut. Natürlich nicht, wenn man den nächsten Schuss erwartet oder im Kopf hat. Aber dann, wenn man die Nüchternheit als normalen Zustand kennenlernt und lieben und schätzen lernt und für den Rest des Lebens behalten möchte, dann sind wir wieder bei der Abstinenz. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.